Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LensTV und unser SK Sturm hat gerade mit 6 zu 1 die Admirer aus dem Stadion weggeschossen. Ein Schützenfest Sondergleichen, also ich kann mich wirklich nur mehr ganz grau erinnern, dass wir das letzte Mal 6 Tore geschossen haben. Ich glaube, das war vor einigen Jahren schon gegen Alltag damals zu Hause auf jeden Fall. Wirklich fast von Anfang bis Ende eine sehr, sehr starke Leistung unserer Blackies. Und obwohl das Ganze wirklich schlechter gar nicht hätte losgehen können, denn bereits nach 10 Minuten schon Elfmeter gegen unsere Grazer. Also so langsam wird das Ganze zur Gewohnheit. Gegen den Lars Grazer ist schon ein Elfer gegen uns, jetzt schon wieder. Was war passiert? Scheußengeier im Laufteil mit Stakel. Scheußengeier fliegt eigentlich eher über Stakel drüber, als dass er ihn foult. Und der Schiri pfeift den verdammten Elfer. Dieses Mal hat Siebenhandel leider nicht so ein Näschen für den Elfer wie beim letzten Mal. Knasmüller trifft in die Ecke, also trifft eigentlich flach in die Mitte, was rede ich da, zum frühen 1 zu 0 für die Admirer. Man hat sich natürlich schon gedacht, ach du Scheiße, das geht nicht so super los. Aber unsere Blackies sofort die Antwort geliefert. Wenige Minuten später Eckball für Sturm. Schul hat die Ecke, glaube ich, getreten. Und Scheußengeier, ausgerechnet der Unglücksvogel beim Elfmeter, köpfelt wunderbar ins Eck zum 1 zu 1 Ausgleichstreffer. Und danach unsere Blackies wirklich auch wie entfesselt. Man hat dann den Druck weiter aufgebaut, hat dann durch eine weitere Standardsituation auch noch die Führung erzielt. Und Lyko Giannis zimmert aus knapp, naja, 18, 20 Meter herum auf Goalie Leitner den Ball. Dieser lässt ihn allerdings aus und dann staubt Schul ab und trifft zum 2 zu 1 für unsere Schwarz-Weißen. Das schon mal das gedrehte Spiel. Man hat sich gedacht, also ich für meinen Teil, okay, gut, ein bisschen beruhigter, aber unsere Blackies haben auch nicht aufgehört. Danach wurde der Druck auch immer stärker und unsere Blackies dann auch noch mit dem dritten Treffer, der Torschütze Philipp Zulechter. Etwas überraschend für manch einen in der Startelf mit einem Wahnsinns-Tor aus, von ihm aus gesehen, halblinker Position. Der zieht da einfach mal ab. Das werden auch gut 20, 25 Meter locker gewesen sein. Und der senkt sich herrlich in den Winkel. Und ja, das ist eben das 3 zu 1 für die Schwarz-Weißen. Und dann auch noch knapp vor der Pause der vierte Treffer. Das Zuspiel, ich glaube, von Hirlander wunderbar auf Danny Allah. Der läuft alleine auf Leitner zu und lässt ihm dann auch keine Chance mehr. Also 4 zu 1 der Pausenstand. Ein Wahnsinn. Keine Ahnung, wann man das das letzte Mal gesehen hat. Also vier Tore, erste Halbzeit. In der zweiten das Ganze eigentlich auch nicht so viel gemächlicher. Ja, unser Blackies weiterhin klar überlegen. Ohne jetzt lange Zeit die richtig großen Chancen zu haben. Bis auf Zulechner gleich zu Beginn der zweiten Hälfte. Der, nachdem er schön den Ball sich erobert, alleine auf den Keeper loszieht und ihn leider dann anschießt. Und ja, die Chance, dass es 5 zu 1 auslässt. Sturm eben aber dann weiterhin am Drücker. Da gab es wirklich dann die ein oder andere Möglichkeit. Lecobialis mit einem gefährlichen Freistoß fällt mir da ein. Der eingewechselte Philipp, der knapp einen Ball dann auch noch drüber schießt. Und dann ist es eben auch Philipp, der am 5 zu 1 beteiligt ist. Philipp, der ein bisschen Ballglück agiert, den Ball dann auf Koch weiterbringt. Und Koch zimmert das Ding richtig schön ins Kreuzegg zum fünften Treffer. Das so passiert die Minute 77. Sturm auch immer weiter, immer weiter. Essay, der auch noch eingewechselt wurde, der wirklich Pech gehabt hat, scheitert erst auf Spitzenwinkel an Leitner. Trifft dann auch ein zweites Mal die Stange und Sturm, wie gesagt, wie entfesselt, auch in der Schlussphase. Man hat immer weiter versucht eben zu drücken, das nächste Tor zu erzielen. Und man hat es tatsächlich auch noch geschafft, den sechsten Treffer draufzulegen. Der Torschütze ebenfalls eingewechselt, Oliver Philipp. Ein wunderbares Zuspiel von, ich glaube, dem ebenfalls eingewechselten Novritsch. Perfekt in den Lauf von Philipp. Der verstolpert zunächst ein bisschen, kann die Kugel doch kontrollieren. Und dann haut auch er den Ball aus Spitznerposition in den Winkel. Der Leitner, der kann einem schon fast leid tun an diesem Tag, aber nur fast. Das 6 zu 1 im Endeffekt dann auch noch in der Schlussphase. Und ja, unsere Blackies, Hammerleistung, Hammerspiel, einfach geil. Ich bin zufrieden und ich würde sagen, damit war es das dann auch schon von mir. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei der Lens TV. Euer Elias. Auf die Schwurzen! Und bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, also unser Esker Sturm, wie ihr mitbekommen habt. Mit einem 6 zu 1 gegen die Atmira. Und einen Gesprächspartner habe ich dann doch noch vor die Linse heute bekommen. Mein guter Kumpel, der Gregor. Gleich mal vorweg, was sagst du zum Spielen? Geil oder geil? Überragend geil. Überragend geil. Weil nach dem Elfmeter, nach dem 0-1, habe ich gedacht, super, toll. Jetzt können wir bis zum Schluss kämpfen, dass wir ein 1-1 oder 2-1 mit der Zeit bringen, aber dass wir dann gleich so loslegen. Hut ab, hätte ich mir nicht gedacht. Friday Essay, Bombenstark, Zulechner, Kunstschuss, hätte ich mir auch nicht gedacht. Oliver Philipp, super. Also heute das ganze Mannschaftskollektiv war einfach top. Der ein oder andere sagt, es war eigentlich davon zunehmend vielleicht das beste Spiel im Sturmdress. Würdest du das unterschreiben oder sollte man das mit Vorsicht genießen? Nachdem noch die Rückrunde kommt und vielleicht da ein Lichtblick sich aufmachen könnte, es war eines seiner besten Spiele, aber das beste Spiel, das zu sagen, das wäre ein Vorgib auf die Rückrunde. Sonst im Essay, kurz erwähnt, der hat wieder einen Kurzeinsatz bekommen, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Der ist immer spritzig, du siehst ihn einfach auch immer wieder. Also auch wenn er die Chance bekommt, dass er wirklich Gefährlichkeiten ausstrahlt, hat er auch recht gehabt, mit dem starken Schuss. Und auch zuvor einmal eine gute Chance aus knappem Winkel, wo er für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu eigensinnig war und abspielen hätte können, aber okay, er wollte das drüber machen. Was glaubst du, könnt ihr mir auch von Essay noch erwarten, so in der Zukunft? Denn ich glaube, der Ausblick hat schon den Schmack auf mehr gemacht. Definitiv. Und ich muss auch sagen, der Essay ist jetzt von der Schnelligkeit, von der Robustheit und von der Technik her, wie einst ein Brighter de Monchi, nur halt seine Anlaufzeit ist um einiges kürzer. Und wenn er jetzt in den nächsten Spielen da weitermacht, wo er heute aufgehört hat, werden wir mit ihm noch viel Freude haben. Dann wird er sicherlich den ein oder anderen Gegenspieler mit Knoten in den Beinen stehen lassen und Tore, Assists, also Skorapunkte allgemein, wird er sicherlich einige sammeln. Wenn ich den rückrunde, sonst schon spätestens nicht im nächsten Jahr. Dann wird er dann einschlagen. Okay. Vielleicht noch zur Admira ganz kurz. Die sind ja früh in Führung gegangen, aber danach war auch ihr Schlussmann. Leitner ja nicht ganz so unbeteiligt am ein oder anderen Gegentor und vielleicht generell ebenso in Zwischenfrequenzen, würde ich mal sagen. Wie beurteilt er so die Leistung des Amira-Golich, beziehungsweise wie hoch ist sein Anteil daran, dass unser Sieg so extrem hoch ausgefallen ist? Ich meine, ich muss sagen, er hat heute wirklich einen grauenhaften Tag gehabt. Ich meine, gut, wenn du jetzt innerhalb von wenigen Minuten den Ausgleich unter das 2-1 kriegst, klar, dann ist das Spiel gekippt. Dann kann man sich, wie es beim FIFA heißt, innerhalb von wenigen Minuten das Spiel ruinieren. Und zwar auch. Leitner war dann, Leitner, meine ich, gut, okay, er war jetzt nicht immer der Hauptschuliker, er ist oft mit seiner Vierkette im Stich gelassen worden, aber unterm Strich muss man ehrlich sagen, Leitner hat heute schon etwas Leitner getan, zeitweise, aber gut. Eines oder anderem muss er ein bisschen besser machen, aber ja, wie gesagt, im nächsten Mal müssen wir die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich bin gespannt, bis wir mit dem Daumen weitergehen werden, aber heute vor allem muss er einfach nur heimkommen, duschen und ins Bett, sofort ins Bett. Das kann uns ja unterm Strich egal sein. So ist es. Und vielleicht noch ganz kurz eben ein Ausblick, es sind ja noch drei Partien, die kommen noch zu spielen jetzt, wir haben jetzt Auswärtsalter, wir haben zu Hause noch Sanktöken, und dann Auswärtsdienst wieder aus, und dann ist es wieder Pause. Vielleicht noch so, ein Tipp ist zu mir abzugeben natürlich, aber was glaubst du, so in etwa mit wie vielen Punkten dürfen wir berechnen, vor allem in Hinsicht darauf, wie uns Rebekis heute wirklich aufgetreten sind. Dankeschön. Ich bin froh, dass du da ins Video stärker hast. Catering auch super. Also ich muss sagen, Alltag ist unberechenbar, das muss man sagen. Alltag ist zwar jetzt aufgabe 6, aber gut, die Tabelle Papier ist geduldig. Wir haben es mir uns draußen eigentlich überschwert an. Also gewinnen, ja wahrscheinlich, aber bei Weitem nicht so hoch. Also wichtig war ja zumindest Punkt, auf dem Gebiet, ne? Also ich sag mal, ein X ist, denke ich, an einem Minimum drinnen, oder sogar ein knapper Sieg, aber dass es so deutlich wie heute ist, glaube ich nicht. St. Pölten, da gilt eben die Regel. Pflichtsieg für den ich jetzt persönlich. Pflichtsieg, ja, aber man muss auch bedenken, St. Pölten, die bekommen Spiel für Spiel immer mehr aufs Maul, und eben, desto mehr sie aufs Maul bekommen, desto unberechenbarer werden sie zum Schloss. halt normalerweise, wenn nichts schief geht, und es entfliegt sich, aber... Klar, weil du irgendwann auch in die Phase kommst, du nichts mehr zu verlieren hast, und da sind sie eigentlich jetzt mittlerweile schon. Und da kannst du eigentlich, weil es egal ist, befreit aufsprühen, und wir waren ja eigentlich in der Vergangenheit für solche Vereine, brenneter Notarzt, und, ja, wird auch, schätze mal, in der ersten Halbzeit, schwieriger werden. ich kann es mir vorstellen, ich meine, ich lasse mich gerne von was anderes überzeugen, aber, St. Pölten, schauen wir mal, sind unberechenbar, um eigentlich nichts mehr zu verlieren, und, ja, und Austria, und Haplow war eigentlich, bis auf das letzte Mal im Sommer, immer ein schlechter Boden für uns, und wenn wir jetzt da mit einem, mit einem starken, souveränen, unentschieden, die Hinrunde, die Affel-Hinrunde abschließen, vielleicht sogar als Winterkönig, wäre das wirklich wunderbar, aber, ob wir draußen noch einmal gewinnen, ich würde es mir wünschen, aber, ich rechte, aber es könnte auch ein X überraschen, ganz rein. Okay, passt, dann sage ich danke, und, ja, von dem her, freien uns über den Sieg, und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, hier bei der Lens TV, nochmal, euer Elias, auf die Schwarzen, und ciao.